Willkommen liebe Clasher bei mir dem Thorsten Akatuto beim Clan Two Warriors. Ich wollte eigentlich gerade loslegen, da sehe ich das hier irgendwo gekämpft wird. Dann gucken wir uns live den Hank an. Gestern Abend haben wir ja im Stream so ein bisschen verpasst, dass wir hier auch CK spielen beziehungsweise es wurde relativ mau angegriffen. Das hat sich auch bis heute noch hin gezögert und deswegen gab es hier auch bis ja eigentlich bis eben noch gar nicht so viele Kämpfe. Aber wir gucken mal wie sich der Hank hier schlägt. Gestern Abend der Streaming hat mir wieder sehr sehr gut gefallen muss ich sagen. Es war wirklich wieder witzig, es war informativ. Ich habe ein bisschen was geschafft und wieder eine ganze Menge User auch dazu gewonnen. Das finde ich natürlich wirklich sehr sehr stark, dass auch auf Twitch ich mittlerweile 88 Follower habe. Das ist echt krass muss ich sagen, denn auf der Plattform habe ich ja bisher wirklich nicht so viel gemacht. Hier auf YouTube kommen meine Videos. Auf Twitch ist diese Video Geschichte noch Beta und da habe ich auch schon das eine oder andere mal hochgeladen um mal zu sehen wie das darüber kommt. Aber nach wie vor bleibt natürlich meine Video Plattform hier YouTube. Ja der Hank steht sich hier ganz gut. Mal gucken ob das noch drei werden. der Inferno muss in jedem Fall weg. Aber ich denke mal das wird eine schwierige Kiste. Das bleibt bei zwei Sternen. Und aber immerhin hier brauchen diesmal keine Neuner keine Zehner irgendwelche Neuner Basis zu machen. Das ist schon mal ganz gut. Der CK sieht auch aktuell aus unserer Sicht ganz gut aus. Wir verteidigen ganz gut. Und ich habe auch zwei Nummern mal höher angegriffen als dass ich diesmal runter gegangen bin. Und ich hoffe das hilft auch ein bisschen. Denn ich habe ja so ein bisschen die ganze Woche auch geübt, dass ich 11er mache. Auch wenn sie keinen Adler haben, haben sie immerhin eine Base da stehen, die ein kleines bisschen größer ist. In der Regel 4 X-Bogen hat. Und deswegen konnte ich das einfach mal machen. So ein bisschen mit der Hau drauf Technik. Aber sehen wir gleich. Wir gucken mal. Hier unten haben wir noch ein paar Sterne offen. Ja das sind 33 Neuner hier. Also ist es mal gar nicht so einfach diesmal für unsere Truppe hier. Ja Daniel hat hier einen ganz ganz knappen Kampf hingelegt. Den haben wir. Ne den haben wir glaube ich nicht live gesehen. Und ich mache das mal ein kleines Stückchen schneller gerade. Also der war wirklich hyper knapp am Ende. Und deswegen ist er auch sehr sehr sehenswert hier an der Stelle. Mit dem Lava Hund ja der nervt eigentlich nur ab. Mehr macht er eigentlich gar nicht. Und glücklicherweise läuft die Queen dem Lava Hund jetzt erst hinterher. Und nicht die ganze Zeit. Man kann jetzt schön die Welpen weg machen. Und ja mit den Hauks hat er ein bisschen Pech gehabt muss man sagen. Ist natürlich immer schwierig wenn man die Hauks da setzt wo der King rumhüppelt. Denn der King läuft den Hauks hinterher. Jemand hatte ja in den Kommentaren meiner RH8 Hauktaktik auch geschrieben, dass er immer gerne den Bombenturm weg macht. Bei RH8er Basis. Aber ich hatte dann auch als Kommentar darunter geschrieben. Der große Unterschied ist der Bombenturm läuft die nicht hinterher. Ja der King ist schon nervig bei Hauks. Denn ihr habt das gerade gesehen. Der läuft den dem ganzen Trupp hinterher und es schnappt sich ein Hauk nach dem nächsten. Aber der Daniel hatte wirklich Glück dass am Ende die beiden Packer da oben noch fast Blickepacke voll waren. Queen konnte er noch zünden hat er jetzt gerade eben gemacht. Und ja gut der Magertum ist jetzt nicht mehr so spannend. Also das war wirklich knapp muss man sagen und war auch von der Zeit her sehr sehr eng. Aber schöne drei Sterne hier. RH9 auf RH9. Den haben wir jetzt eben in den... Ah ne den haben wir nicht in den letzten Zügen gesehen. Den habe ich mit dem Donnerbäcke gemacht. Tatsächlich am PC. Habe ich den noch ganz ganz spät gemacht. Das lag einfach daran, dass der Kollege Donnerbäcke wohl sein Kennwort geändert hat. Und ich kam ums Verrecken nicht an das Tablet ran. Also an den Account den ich eigentlich auf dem Tablet habe. Und deswegen habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen den Angriff hier mal am PC zu machen. Geht auch. Aber ganz so gerne mache ich das ja nicht. Das wisst ihr, dass ich eigentlich meine Ortenangriffe ausschließlich am Tablet mache. Bin hier auch eher recht als schlecht reingekommen muss ich sagen. Ein bisschen Golem ist er ja noch über. Aber wenn die Clan Buch so früh rauskommt, dann wird sie in jedem Fall immer so ein bisschen Golem schaffen. Aber die Bohler gehen jetzt richtig cool mit dem King hier in die Mitte rein. Queen ist auch noch mit am Start. Schnappt sich jetzt nach dem Lager den Tesla und von oben kam ich dann mit den Loons rein. Denn ja, ich hatte den Angriff vorher gesehen. Hier war glaube ich schon ein Angriff drauf. Und heile die jetzt hier mal durch. Was ja auch nicht schlecht ist bei Loonangriffen. Nach wie vor so ein Heil mitzunehmen, um eben mal die Loons einmal nochmal so eine frische Heilpackung zu verpassen. Um dann hier die restliche Base zu machen. Glücklicherweise ist der Flächenschaden jetzt weg. Das heißt, die Loons machen jetzt noch beide Bogenschützentürme. Und die Queen ist aber auch noch am... Was macht die Queen? Die Queen macht das, was sie sehr sehr häufig macht. Mauern. Aber es macht nichts. Dafür gibt es ja die anderen Truppen, um das Clean-Up hier zu machen. Die ganz vielen Lava-Welpen. Die Ballons. Und noch der eine oder andere Boogie. So waren das hier auf diese Base. Nette drei Sterne. Ja. Oh, da kam noch eine Luftfalle gerade hoch. Aber dann war der Kampf auch schon vorbei. Okay. Wir haben uns mal ein bisschen höher hier. Was haben wir hier von Ronin? Den hatten wir, glaube ich, nicht gesehen. Nee, den hat er auch heute erst gemacht. Die Base, glaube ich, habe ich mit dem Donner als erstes gemacht. Habe ich leider nur zwei Sterne geschafft. Obwohl ich Queen die Feger gepackt habe. Und auch zwei Lars ist mir nicht gelungen, hier Dreier zu holen. Denn der Flächenschaden am Ende hat meinen Luns ganz stark ins Gewissen geredet. Das heißt also, da der Magertum, der gerade weggegangen ist und der Magertum hier auf der Seite, haben wir den Rest meiner Luns gepackt. Obwohl es noch sechs, acht Luns, glaube ich, waren. Aber die waren alle schon angehittet. Und so habe ich hier nur knapp den Dreier verpasst. Aber der Ronin macht das hier auch mit Gola Loon. Ah. Okay. Sehe ich jetzt gerade. Super Sache. Da ist jetzt schon Feger in der Mitte weg. Mal sehen, ob der zweite Feger auch noch mit weg geht. Die Queen hat jetzt allerdings reichlich zu tun da. Und er kommt von der rechten Seite jetzt mit den Luns rein. Muss mal eben schauen. Ja, das sieht noch gut aus. Mit Eilzaubern geht das wirklich gut in die Base rein. Und hat jetzt noch einen Eilzauber über den, denke ich mal, wirft er jetzt gleich nochmal über die Luns hier unten. Jawohl, da ist er, der Eilzauber. Ja, perfekt gesetzt. Super gemacht hier. Der Ange von Ronin. Auch ein bisschen dazugelernt, glaube ich. Denn Ronin hat bis vor kurzem auch mit Balküren sehr, sehr häufig angegriffen. Und da die nicht mehr das Maß der Dinge sind, außer jetzt gerade im Event, finde ich das sehr, sehr gut, dass er sich mal hier zu einem Gola Loon hat breitschlagen lassen. Sehr, sehr gut. Echt klasse. Wirklich spitze. Zum Event komme ich gleich auch noch. Soll mal eine Mittagsfolge werden oder eine Nachmittagsfolge werden, die kurz mal einiges beinhaltet. Sowohl CK hier als auch Event. Auf das werde ich auch mal kurz zu sprechen kommen. Und dann schauen wir hier oben nochmal. Ja, ich habe hier oben so ein paar Sachen muss ich noch zurückhalten. Ich habe hier oben tatsächlich mal zwei Sterne auf dieses Elverdorf hier gepackt. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Denn ich hatte ja gesagt, der hat 4X-Bogen, hat eine etwas größere Base als eine RH10 und auch schon das ein oder andere auf 11. Also ich sehe hier oben den Bogenschützenturm. Die sind richtig stark. Und ihr seht auch selber meine Golems. Ja, die überleben nicht. Ja, die überleben schon. Kommen noch in die Base rein. Aber ist schon eine ganz knackige Sache. Habe jetzt natürlich ein super Funnel hier für meine Bola. Und dann geht das hier jetzt auch mit Wut in die Base rein. Und schaffe hier in den Infernofriese so ein bisschen die Clan-Bugtruppen mit. Was ich mir diesmal aufgespart habe, ihr seht das unten schon in der Leiste. Ist ein Babydrachen und ein Lakaien. Denn es sollte mir nicht nochmal passieren, dass ich am Ende irgendwo, dass mir so ein Prozent oder so fehlt. Und deswegen habe ich mir die einfach mal bis zum Ende aufgespart. Und habe sie nicht mit am Anfang gesetzt. Die machen ja auch. Können ja auch zu Anfang für etwas Trouble sorgen, indem sie beim Funnel helfen. Aber hier hatte ich bis dato 47 Prozent. Und ich glaube, hier unten der Bola schafft jetzt den 48. Prozent. Die Queen überlebt das jetzt natürlich nicht. Das Ballere vom X-Bogen. Und so habe ich hier unten schon mal meinen Lakaien gesetzt. Ich zoome mal ein bisschen rein. Ja, aber der bringt jetzt, obwohl ich glaube, der macht gleich auch noch die Kaserne. Aber als ich gesehen habe, dass der in jedem Fall durchgeht, habe ich dann, das war 49, das ist in jedem Fall dann der 50. Prozent gewesen. Deswegen habe ich hier oben jetzt gleich an dem Bogenschützentür meinen Babydrachen noch gesetzt. Weil ich hatte Hoffnung, dass der in jedem wenigstens ein Lager schafft. Schafft er auch. Da sind sie 50 Prozent. Und unten die Kaserne macht 52. Also zwei Sterne hier. RH10 auf RH11. Und ich hoffe, das war auch in Ordnung so. Denn so können sich jetzt von uns die Elfer ein bisschen nach unten orientieren. Können vielleicht ein paar Zehner zu machen. Denn der Gegner hat schon viel, viel mehr Angriffe als wir. Und hat auch nicht mehr ganz so viele Angriffe übrig. Also die verballern auch ganz gut hier teilweise auf Fifi, auf Hocke und Amelot. Er ist ein Stern. Ich auch nur zwei kassiert vom RH11. Also auch diesmal nicht schlecht verteilt. Ich habe auch eine etwas andere Base. Und ja, ich sehe das Ganze zuversichtlich. Das wird hier, sage ich zwar immer. Aber diesmal glaube ich wirklich daran, dass wir den Sieg hier wieder einfahren. Ein kurzes Update hier aus meiner Base. Guck mal da oben links. Ich bin über 2000 Pokale. Das ist richtig krass, muss ich sagen. Und ich habe hier ein bisschen mit den Babys weitergefarmt. Hier unten seht ihr jetzt zwar Bogenschützen, aber ich habe mich hochgekämpft bis auf 2000 Pokale. Das nur als Update aus dem Bauarbeiterdorf. Hier bin ich auch relativ hoch in den Pokalen, weil ich immer noch am Üben bin. Und kurz zum Event. Also ich finde das schon sehr, sehr nackig. Dass selbst ein, ich glaube ein Rathaus 8, muss schon 13 Valkyren bauen. Dann hast du auch nicht mehr viel für Riesen oder Golems oder Magier. Beim RH9 sind es 14 und hier beim RH10 15 Valkyren. Und Supercell wird immer geiziger. Sonst gab es wenigstens in den Events 30 Juwelen und 100 EP. Jetzt gibt es nur noch 100 EP und 20 Juwelen. Ja, das ist natürlich schwach. Also Supercell, frage ich mich, ist das nur ein Bug oder ist das von euch so gewollt? Wir gehen aber einfach mal rein. Wir machen einfach mal Kampf. Und ich sehe, ich habe auch was in der Clanburg. Aber sieben Loons. Okay. Sieben Loons, mal gucken, wie wir die einsetzen können. Ich suche, denke ich mal, gerade einen Gegner. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wow, hier ist unser Gegner. Ich glaube, den mache ich einfach mal, auch wenn ich hier jetzt ein paar Pokale verliere. Aber ich glaube, wir können hier über den Adler vielleicht hier reinkommen. Der hat natürlich richtig dicken Lot für uns. Und auch wenn wir den nicht kriegen, kriegen wir sicherlich einiges an Pokale. Und ja, ich würde sagen, das mit dem Loons in der Clanburg ist jetzt natürlich ein bisschen suboptimal. Aber was willst du machen? Da müssen wir jetzt durch. Wir setzen hier mal unsere Golems und schauen mal, dass wir hier ganz gut in die Base jetzt reinkommen. Das muss auf jeden Fall funktionieren. Helden jetzt hinterher. Und den ein Bohler auch schon mal geschickt. Und dann kann das hier, denke ich mal, über den Adler in diese Base hier reingehen. Das muss eigentlich jetzt funktionieren, denke ich mal. Schauen wir mal, wie das hier reingeht und ob die vielleicht sogar so weit hier kommen. Mal gucken. Das sieht noch ganz gut aus. Da muss ich jetzt hier hinten, glaube ich, mal friesen. So. Den haben wir hier mal an der Stelle gefriest. Das hier lassen wir jetzt mal unsere Loons raus. Und, au, das sieht noch gut aus. Donnerwetter, Donnerwetter. Ja, das haben wir ganz gut gemacht, glaube ich. Wir haben die 50% hier drin. Haben beide Infernungs erwischt. Das ist natürlich echt stark. Und, ähm, ah, die Loons. Ja, die Loons machen so ihren Weg. Und die Queen kann jetzt noch schön uns die Ressourcen hier reinfarmen. Wunderbar. Donnerwetter. Die Loons sind doch echt nicht schlecht. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich jetzt mit denen hier an der Stelle so weit komme. Aber ich denke mal gleich, der Magierturm will dann den hier auch den Rest geben. Aber wir haben ein bisschen Dunkles mitgenommen. Und, ähm, haben mal wieder einen Adler mehr auf unser Konto. Da gibt es einen Erfolg. Da bin ich noch ganz, ganz weit von entfernt. Selbst von dem ersten. Da muss ich gleich mal nachgucken. Und, äh, mal sehen. Ah, wir haben jetzt schon über 70%. Ich denke mal, da zünden wir nur die Queen einmal. Denn, wir kriegen den vollen Bonus hier aus. Der Champions League 3. Kriegen 21 Pokale dazu. Und, ähm, das hat sich ja echt mal super gelohnt hier. Und jetzt guckt mal in den Erfolg, wie viel Adler ich denn eigentlich noch machen muss. Für den ersten Erfolg, glaube ich. Ich habe noch nicht mal den ersten Erfolg. Ähm, ah, doch, hatte ich doch schon. Oh, ich bin auf dem Weg zu 200. Okay. Das habe ich jetzt nicht geblickt. Wunderbar. Ja, super Sache hier. Ähm, wie gesagt, ich sehe es ganz zuversichtlich hier im CK, dass wir hier etwas reißen. Und, ähm, würde aber sagen, die restlichen Kämpfe sehen wir morgen. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, hier auf dem Sonntagnachmittag, dann lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Unten nochmal in der Beschreibung, hätte ich jetzt fast vergessen, wieder mein Link zu Google Drive. Die ersten Videos sind angekommen. Vielen, vielen Dank. Ähm, dafür. Ich habe mir die ersten Videos schon angeguckt von euren Loadfights. Wirklich krasse Dinger dabei. Das freut mich wirklich. Und die Dorfbesuchsfolgen werden kommen. Ihr habt mir reichlich Kommentare unter mein, ähm, Aufrufvideo gepackt. Da, das fülle ich sicherlich in ein, zwei, ähm, Videos, wo wir uns richtig schöne Dörfer angucken. Und ich würde sagen, bis dahin. Euer Tutu. Licht. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020